Musik Mich würde vor allen Dingen auch interessieren, mit Ihnen, mit Euch ins Gespräch zu kommen und mal wissen, ob es eine ähnliche Anstrengung in anderen Ländern gibt, sich in Parlamenten oder politisch mit der Zukunft des Internets vielleicht auch ein bisschen proaktiv auseinanderzusetzen, wie das dort funktioniert und ob wir vielleicht auch voneinander was lernen können. Es ist nicht immer nur interessant, mit Parlamentarier aus anderen Ländern zu sprechen, sondern auch mit denjenigen, die von außen auf die Politik draufschauen. Ich denke, es ist voll eine Ungeheil dazu. Ja, I'm Michak Sonno. I come from Indonesia. Ja, Indonesia ist ein Land mit rund 230 Millionen Menschen. Und von denen, rund 30 oder 40 Millionen Menschen benutzen die Internet. Wir sind einer der größten Facebook-User, denn jetzt haben wir rund 35 Millionen Facebook-User, rund 6 Millionen Millionen Twitter-User, und wir haben rund 3 Millionen und ein paar Bloggers. Blogging? Nein, nicht Bloggers, aber Blogs. Jetzt haben wir die Internet-Era in Indonesien. Wir benutzen Internet als eine Sourcen von Informationen. Wir shareen Informationen zwischen den Leuten auf der Internet. Ja, wir tun Blogging every time, als Blogger. Und wir genießen die Freiheit der Expressen und Freiheit der Presse in Indonesien. Das ist gut für uns, denn Freiheit ist alles für uns, und die Freiheit der Freiheit der Internet-Era in Indonesien. Und jetzt haben wir sehr genießen die Internet-Era in Indonesien. Ja, jetzt ist das Internet-Era in Indonesien sehr wichtig in unserer Lande. Nicht nur weil wir es nutzen, sondern wir können es unterstützen unsere Arbeit, Es gibt auch die E-Mail oder so, aber es kann auch erhöhen unsere Kreativität. Wir machen Blogs und organisieren unsere Social Media Accounts, etc. Aber in Indonesia nicht alle Leute können die Internet enjoyen, denn es gibt viele Regierungen zu bauen in der gesamten Industrie.